So, da ist es auch wieder. Neuer Tag, neues Glück. Hoch mit dir. Gut, gut. Okay, das ist es. Hat übrigens genau zwischengespeichert an der Stelle, wo wir gestern verzweifelt sind. Mit zwei Schuss. Super geil. Das heißt, das wird wahrscheinlich wieder eine extra andere Folge noch. Jetzt müssen wir den Spielstein... Oh, FIFA. Interessant. Ja. Wenn wir Spahn schaffen, müssen wir halt den Spielstein gehalten. Der letzte. Fängt schon gut an. Fängt schon super an. Wir haben jetzt gesagt, äh... Alles richtig gemacht. Nach drei Deaths wechseln wir mal. Es ist nicht unerwartet, wenn du meinst, dass das relativ schnell geht. Wie gesagt, wir wollen zum Reinkommen. Ja. 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 Es ist... Ja. Ja. Ja, also wenn ich bin würde ich mit dem letzten Spielplan klagen. Ja, wir versuchen das jetzt mal. Das ist, glaube ich, die präziseste Hitbox je in einem Spiel, die es jemals gab. So, die Ghosts werden stolzern. Ich glaube, hier hat er nicht erstellt, Box, ne? Das ist gut. Wir kommen zum Anfang. Gott, wie solche Flutterer. Fluttert, fluttert, fluttert. Nur im Kopf können wir fluttern. Also, ey, wie langsam? Echt, die kann es keiner zeigen. Das ist, das einzigste Coole ist, dass in der Animation dir nichts passiert. Ja, wär auch assi. Das mag ich auch so gern. Ich bin nicht zu deinem Ernst, ne? Ja, super, danke. Hey. Hey, Alter, was ist denn? Zuck hier nicht so. Ja. Toll. Nee. Einer. Zuerst noch. Ja. 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 Ja, kann man halt auch nichts machen. Das ist jetzt spät dann. Ja. Danke. Bitte mach's fertig. Ich bin scheiße entretend. Nimm alles wieder zurück. Einen Tag drüber schlafen, dann funktioniert voll super. Und auch, was sagt, wir schaffen es beim ersten Versuch. Ich will das nicht tun. Weißt du, das ist dasselbe Charakter-Speicherpunkt, wie ich es am Anfang geschafft habe. Dort lag wenigstens die dumme Spritze hier rum. Dass man wenigstens bisschen Energie hat. Was ist das denn? Ja. 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 Die Dinger sind auch so scheiße. Ja. Ich hab keine Musik mehr. Ja. Ja. Flammen wäre aber gut. Weiß ich gar nicht, ob der so bei geht. Dass nie Energie kommt, ich verstehe es anders. Ist das ein Muss? Trägt das dem Spiel bei, dass es super ist? Und das reicht nicht. Das reicht natürlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, nein! Scheiße! Nein! Gute, wegen der spinnen sterbe ich nicht. Ja. Das ist so ein Ding, was mich nicht tönt hat. Alter, wie viele sind denn das jetzt? Ja, wir haben den Eiern. Ach, pass auf. Scheiße. Es läuft noch. Nein, da kommen wir. Boah. Ja, Alter, du bist der Beste. Du bist der Beste. Ey, das war... Ja, Alter, ey. Ist ja voll langweilig. Keine Minute hat's gedauert. Ja. Danke. Nein, hab ich das gut gemacht. Das war's noch nicht. Ne, war's noch nicht. Jetzt kann's noch gehen. Die letzte Fladulenz. 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 Okay, das sieht richtig edel aus. Hm. Das sieht aus, wie wenn du beim Franzosen essen wirst. Alter. Willst du's denn jetzt? Hm. Glipper. Da ist Loot drin. In der Grütze ist Loot versteckt. Oder ist es doch nur Ziegenmilch. Oder ist es doch nur Ziegenmilch? Ah. 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 Die handgaranger. Ah. Die handgarnawäge jedem genommen. Du wirst ihn nie kriegen, äh, bis zum nächsten Mal. Tunde 2. Du hast dir das Richtige getan. Danke. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Denn ich bin ein Held. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon. Nein, ich verlasse dich nicht noch mal. Du musst. Kate Winslet? Ist es? Sieht ein bisschen sauer. Klamm, oder? Wir finden uns dort. Lily, brauch dich. Ich kneif mal die Augen zusammen. Schnee. Schnee. Die Sicht. Ich muss zum Haus. Okay. Drei Jahre lang in die Länge ziehen vom Schluss. Das ist ein bitterer Antrieb, das finde ich nämlich auch. Fast geschafft. Und jetzt kommt der richtige Endkampf erst. Gegen Lily. Die ist so sauer. Schieß die Reifen kaputt, damit die nicht wegfahren könnte. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich. Hoffentlich geht es dir gut. Okay. Kontakt wieder hergestellt, Sir. Wo ist der? Wir kriegen keine exakte Position. Ach nee. Moment. Der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kit. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kit. Haben Sie mich gehört? Ja. Habe ich. Spüre ich da etwa ungehorsam? Bitch slap. Sie können ihn nicht töten. Doch, können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Was tut denn der heute mit seiner Hand? Ist das Magier? Ist ein Magier? Oder ist das einfach nur gestikuliert? Ich habe keine Stimme. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Ich habe keine Stimme. Ich habe kein Stimme geklebt. Ich habe keine Stimme. Ich habe keine Stimme. gar nicht. Alter! Alter! Du, das ist so... Fantasie-Magazin, das ist sicher ein Affili. Fantasie-Magazin! Ja, keine Ahnung. Ja. Der war... Scheiße! Vielleicht noch länger. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich finde es gerade cool. Das ist eh wieder cool, irgendwie. Ja, das heißt sie müssen. Wir sind rum. Lille! Ach, die pennt den ganzen Tag wie ein Hund. Haben die da ein Haar in ihrer Wand? Lille. Das steht für... Ein kleines Mädchen. Ich bin's, Lille. Die brennt diesmal gar nicht. Ich bin hier. Ist du das wirklich? Psss. Ich bin nicht wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause. Ja, aufzureden. Nein, süß. Auf damit. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Oh, ich wünschte erstmal mit meiner Blut. Da strengt eine Hand das Haar. Sind wir in Sicherheit? Geht klar. Ich brenne mal ein bisschen. Geht klar, oder? Nicht. Ohne meine Erlaubnis. Ich bin ja Sackboy. Oh, oh. es muss aufgehalten werden vergiss mobius wir haben schon zu viel an sie verloren wir können entkommen nur wir drei wir gehen an einen ort an dem sie uns niemals finden man kann sich nicht verstecken sie sind überall lili wird immer in gefahr sein wenn ich sie nicht ausschalten okay gut ich warte sobald mobius geschichte funktioniert das nicht sebastian das ist nur aus dem innern möglich ist mehr als nur dieser ort ganz mobius ist über die chips in den köpfen damit verbunden wir waren nach uns sobald ich die macht des kerns übernehmen kann ich ein signal übertragen wenn jungen zusammenbricht ein signal in die mann mal ausschalten kann aber wir sind endlich wieder zusammen ich bin nicht emotional das ist teil des plans das war es immer es tut mir leid okay tschüss ich mach's für die englischpreise ich möchte nur dass du dich um unsere kleine kümmerst lass sie nie vergessen wie lieb ihre mutter sie hat das sage ich ihr niemals sie hat mich viel lieber ich möchte dir noch so vieles sagen ich habe dich die ganze zeit beobachtet ich weiß wie sehr du gelitten hast was sie getan haben was ich dir angetan habe nichts davon hast du verdient und du bist dafür zweimal durch die hölle gegangen es ist zeit aufzubrechen ja aber nicht so viel gehen in das leben das man dir genommen hat ja ich liebe dich ich liebe dich auch euch beide deshalb tue ich das hier aber wir haben keine zeit mehr du musst gehen jetzt hat mir das dann auch geklärt endlich wollte ich sowieso loswerden darf ich wieder heiraten freut mich doch ihr arschlöcher ist du 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 Untertitelung des ZDF, 2020